Seid ihr bereit? Ja! Und... Äppeln! Juhu, Scheifenblasen! Macht doch mal mit! Ja! Los! Tag hier! Ich hatte von vor erst noch vier Euro offen, wollte ich gezahlen. Ja, ja, hattest du gestern auch schon kommen können. Ja, also zwei Euro, zwei Euro, vier Euro. Eins. Zusammen sind das drei. Da fehlt noch ein Euro. Wie willst du denn hier veräppeln? Ich hab meine Brille veräppeln. Hey, meine Knabber, steht dem Prinzessin ein bisschen da? Ah! Da hast du nur die ganze Zeit gesteckt, mein Schatz. Gib mir einen Kuss! Gerrit! Vergiss es! Du kommst da eh nicht drauf! Das ist mein Lieblingsplatz! Da hab ich früher immer gecheckt! Ja, früher! Vor hunderttausend knabber ich dich hier vielleicht! Komm her, du verletzt dich nur noch! Doch, komm noch mehr! Gerrit! Hey, bekomm ich auch was ab? Hallo! Was denn? Ich reg mit dir, bekomm ich auch was ab? Ich schau grad was! Hey! Komm schon, lass mich rein! Ich war ehrlich! Nein! Ehrlich, nur auf Meuse, ja! Mach mich in Ruhe! Ja, deshalb riechst du nach einer anderen Pussy! Nehm doch gar nicht! Hab ich da etwa Knabberstäbchen gehört? Wo? Nein, aber in der Küche hab ich welche für dich! In der Küche? Okay! Hey, kann mal jemand die Tür aufmachen? Dafür musst du die Glocken läuten! Welche Glocken? Na diese! Ver... 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 Hey! Jetzt mach ich den Habibi Samurai Ninja Style! Hey! Bleibt doch mal locker! Meins! Ja! Bleib doch locker! Du! Bleib doch locker locker! Gleich hab ich's! Don't bother! Ich kann nichts sehen. Ich bin blind. Du hast ja auch die Papiertüte auf dem Kopf. Ach so. Koni, was machst du denn da? Das verstehst du nicht. Ich trainiere für den Habibi-Samurai-Ninja-Style. Das ist gut für die Vorderfotmuskulatur. Ich bin auch gleich fertig. Das war's. Na dann. Da springe ich doch locker. Und da springe ich doch locker. Und da springe ich doch locker. Und da springe ich einfach. Okay. Eins, zwei und eins, zwei und... Ach so, geht auch so. Okay. Oh Boss, das wird knapp. Los, fahr! Wir haben Glück gehabt. Arbeiter! Los, hinterher! Okay, Boss. Los, gib das! Wenn Sie nachher wischen kriegen, Sie, Boss. Wenn Sie nicht einfach so abhauen, macht ihr keine Sorgen. Ich hab's ein Knobberstiebchen geklaut. Arsch-Bullette. Lachen ist gesund.